Yo, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme-Session. Diesmal ist der Razer LP noch nicht dabei, zumindest jetzt noch nicht. Ja. Weil er gerade nicht online ist. Aber ich bin noch dabei. Genau, wir machen einfach mal ein bisschen weiter, der kriegt eh irgendwann wieder einen Vorsprung, denke ich mal. Ja, der ist sowieso schon viel zu weit. Wir sind immer in den... Ach du scheiße, ist die Map dunkel in der Nacht. Ja, ich sehe fast gar nichts. Also jedenfalls nicht, wenn ich auf den Boden gucke, da vorne sehe ich ein paar Umrisse von Bäumen. Auf jeden Fall ist es wieder in den Osten gegangen, da gehen wir jetzt... Nein! Oh, wieder hin. Quark, mir hat man da gefallen. Ah, da sehe ich dich. Du machst Licht. Ein kleiner Punkt. Boah, wie kacke, wie man in der Nacht einfach nichts sieht. Ja. Außer laufende Punkte, die einen Schein um sich herum tragen. So, ich habe jetzt auch die Soundprobleme übrigens behoben. wie man gerade auch wahrscheinlich hören kann. Hoffentlich. Hoffentlich. Was, wenn nicht? Doch, das muss. Wow. Jetzt wird wieder scheiße gelabert. Ups, Allah. Oh ja, richtig. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Ich war hoch, dann. In der Höhle bist du nicht gegangen, ne? Nö, ich bin auf dem Berg. Ganz oben. Da ist irgendwas. Ach, das ist ein Baum. Ne, ich bin wieder auf dem Berg. Ey. Oh, da hinten ist die Feuerstelle. Ah, Fledermaus. Ich sehe dich. Töte sie doch. Geiß sie doch an. Ups, denn. Mach mal nicht Pussy. Ich will auch nicht Pussy. Ich wollte nur wissen, wo du bist. Dann renne ich an mir vorbei. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab kein Licht gesehen. Ja, ja, ja. Wow. Wieder runtergefallen. Wow. Stopp. Alter. Die Dunkelheit wird unser Tod sein. Einfach so im Kreis. Vielleicht doch lieber in eine Höhle gehen sollen. Oh, hier. Die Höhlen sind aber immer ziemlich klein, finde ich. Ja, aber dann müssen wir nicht auf den Berg hoch und wieder runter und dann halt stecken. Ein Zelt. Ich kann mich heilen. Und Feuer. Bestimmt. Doch, da ist eine Liga. Ist im Zelt auch eine? Ja, im Zelt ist auch eine. Echt? Kann man sich da auch reinlegen? Ich glaube nicht. Doch. Nee. Ja. Schade. Du kannst ja mit dem Zelt reden. Ach, schon fertig. Ja. Schon fertig. So. Dann will ich auch mich fertig machen. Ach, du auch. Okay. Dann macht sich das auch fertig. Eben noch ein bisschen schminken im Bett. Oh, er ist noch. Razor ist noch in der Arbeit, schreibt er. Ach so. Ach so. So lange. Obwohl, es ist ja noch nicht mal spät. Ich habe jetzt geschrieben, dann halt später. Ist aber vielleicht in der nächsten Aufnahme, ist der schon wieder dabei. Ja, der holt uns sowieso wieder ein. Voll ich ja sowieso am Platz 1 bin zur Zeit. Mit den Leveln. Wie viele Feuerstellen wir gerade finden. Ja, so gut. Schon die dritte. Es ist nicht so dunkel. Ja, doch. Irgendwie schon. Es sind sogar zwei Linger. Ey, soll man dann schlafen, bis es hell wird? Ja. Komm mal. Ach, dann schlafen. Schlafen wir so bis drei Uhr, ja? Sollen wir die Liegen zusammen rücken? Ich kann das nicht, ich bin zu schwach. Ja. Dann mach du das. Bin zu kaputt in der Nacht. Mach du das. Ich kaff das auch am Tag nicht, das geht nicht. Die liegen nicht weg. Die sind zu schwer. Ja, ich glaub, die sind auch irgendwie am Boden festgewachsen. Bestimmt, durch Wurzeln und sowas ist ja Holz wahrscheinlich. Ja, und sich da ihr Nest gemacht, eingenissen, die Wurzeln. Ich find die Animation hier voll schön in dem Spiel irgendwie. Mit Zelt. Und die Feueranimation und so. Ach so. Sieht eigentlich immer voll hochauflösend aus irgendwie. Ja, sieht immer so pixelig aus. So hochauflösend, pixelig. So cubig. Ja. Ja, du weißt, was ich mein. Alles klar, haben wir zwei Uhr. Der Himmel ist lila. Wunderschön. Zwei Uhrchen. Komm, gucken wir mal, solange wir... Oh, was ist das denn hier? Kauftingmenü, was ist X? Ach so, ja, genau. F1 ist Hilfe. Cool. Drück mal F1. Cool. Da bekommst du alles gezeigt. Cool. V-Toggle-HP-Bass. F-Light. G-Special-Item. Special. T-Call-Pad. Shift-Walk-Free-Aim. Laber. Laber? Laber-Palaber. Es ist drei schon. Ähm, Steuerung ist Climb, Jump, Use Quick-Item, ja. Ah, Tabulator, Select Quick-Item. Usability, aha, aha. Entire. Okay. Call-Pad. Stimmt, wo sind eins unsere Dings eigentlich? Die sind gar nicht da. Wir müssen T drücken dafür. Ja. Und G ist das Special-Item. Das muss ich gleich mal drücken. Ja, ich auch. Obwohl, vielleicht ist das sowas wie Bombe oder so. Warte mal. G. 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 Ich hab kein Special-Item. Vielleicht irgendwie eine verzauberte Waffe oder so, dass man so aus dann einsetzt. Aber ich würde jetzt immer noch gerne wissen, wie man hier durch wechselt. Ah, ich hab's ja rausgefunden. Was denn? Was durchfällst du? Wenn man Tabulator-Taste drückt. Achso, ah. Okay. Dann kann man mit A und D die Sachen wechseln. Ah ja, okay, gut. Das wusste ich die ganze Zeit nicht. Cool. Ich hab's gewusst. Ich wusste noch nicht, was du meinst. In den Osten. Schon wieder in den Osten, ne? Immer in den Osten. Immer! Wir werden die Ossis. Die Ossis werden wir. Ja, die Ossis, so mehr. Nee, lieber nicht. Bist du dich gerade im Osten? Nein. Okay. Wo bist du denn? Ich bin im Süden. Oh, er ist ein Südländer. Nein. Ganz brauner ist er. Nein, West... Ein Wessi. Ein gemütiger Wessi. Ja, ich wohne nur gerade im Süden. Etwas weiter im Süden. Okay. Ich bin auch ein Wessi. Ich bin auch ein Wessel. So. Aber morgen... Morgen ist vorbei. Morgen wirst du auch wieder Wessel. Ja. Eine Zeit lang. Und dann werde ich wieder für einen Tag... Süß. Da drinnen ist jemand. Da drinnen ist ein Elf. Den machen wir fertig. Wir machen ihn fertig. Duf, 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 duf. Bäm! Und jetzt... Du kannst ja mal deine Special-Attacke da üben. Wenn du das auflässt und dann... Bäm! Warum ist das so stark? Wahrscheinlich, weil wir nur zu zweit sind, ne? Dauert ganz schön lange, du. Bäm! Oh, der hat was fallen lassen. Und zwar... Ein Hammer oder sowas sah das aus. Power 14. Ist das ein Einhand-Ding? Ja, dann nehme ich das. Jo, ist es. Das nehme ich erstmal. Krasser Scheiße. Hier ist Feuer. Mehr Damage. Willst du ein Schild haben? Kannst du mit Schild nein, ne? Mhm. Okay. Du bist doch der Tank. Nein. Wir sind beide Damage-Dier. Oh. Ich muss mich heilen. So. Ach stimmt, der will ja heute einen Livestream machen. Dann können wir ja auch aufnehmen. Ah, du kannst aufnehmen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dann aufnehme. Doch, müsste ich eigentlich, weil... Level ich ja und so. Mhm. Also, ich nehme dann auf. Er macht einen Livestream. Also, es kann sein, dass er da ein paar Sachen beantwortet, wenn mal irgendjemand was in den Dings dann fragt oder so. Nur, dass ihr schon mal vorgefahren seid. Die nächsten Parts werden dann... Also, nicht der jetzt direkt hier nach, sondern... Ja, vielleicht noch fünf, sechs Parts oder so. Vielleicht auch der fünfte und sechste Part. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch noch mehr. Das wird dann auf jeden Fall ein bisschen Livestreaming-Action von einem Razer-RP sein. Ja. Ach scheiße, wenn wir jetzt so weit weglaufen, dann ist er nachher gar nicht mehr bei uns, ne? Hahaha. Oh oh. Hahaha. Hm. Ähm. Ich sag ihm einfach, er soll dann immer in den Osten rennen. Ja. Einfach Osten. Ach du Scheiße. Wow. Scheiße. Wie viele. Hörbam. Alle gestunnt. Gut, der eine habe ich hier fast besiegt. Ja. Ja, besiegt. Nächste. Mach deine Spezialattacke. Nein, nein. Ich bin nicht tot. Ah, ah, ah. Oh, tot. Ich bin auch tot. Aber ich habe was gefunden. Ich habe Schulterplatten gefunden. Nice. Ich habe auch was gefunden. Und zwar. Ah, das ist für Mage. Für Mage was und für den Ranger was. Ich habe was für Mage. Schulterplatten für Mage. Ja, ich will auch Schulterplatten. Äh. Warte mal. Beschäftige mal kurz die Zuschauer. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Schreie noch rum. Damit du weißt, wo du uns dann finden kannst. Einfach immer in den Osten. Warte mal, wenn wir M drücken, sehen wir dann nicht alles, wo wir schon mal waren? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Oder? Also wir waren schon auch schon mal in der Stadt, ne? Die sehen wir da ja nicht mehr. Ne. Ich sehe E-Kolon-Lake. Ja, und wenn wir ein bisschen raus scrollen, indem wir da Terodara City. Ja, ich kann nicht weiter raus scrollen. Also jedenfalls nicht so, dass ich mehr sehe. Ja. Ja. Ja, egal. Wir rennen einfach in den Osten, er hat hinterher zu kommen. Wenn nicht, dann müssen wir halt in der halben Stunde nur laufen, bevor wir die Aufnahme starten. Dann können wir nach Westen laufen, um ihnen entgegen zu kommen. Ja. Und irgendwann sehen wir uns dann hoffentlich. Laufen wir an uns vorbei und merken es nicht. Könnte passieren. Ich habe eben nur so einen Frosch mit einem Bogen gesehen. Scheiße. Fuck. Und runter auf den Baum. Und. Ich habe mir das jetzt auf jeden Fall mitgeteilt. Da hinten rennt jemand und greift eine Krähe an. Ne Krähe. Krä. Krä. Wir sollten ihnen helfen. Sonst wird er sterben. Und hat keine Chance zu überleben. Damn, 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 damn. Hat er eine Waffe? Dasselbe, die ich auch habe. Ne, er hat Schwert und Sch... Ne, irgendein komisches Teil und Schild. Dib, 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 dib. Oder wir rennen gleich einfach wieder zurück. Ja. Kann man auch machen. Das ist dann... Naja, egal. Da wird keiner zu und rennen und er kommt uns entgegen. Ja. Scheiße. Verdammt. Ich bin über den Berg rüber. Ja, warte gleich. stamina aufladen ja freunde wir haben es fast geschafft ja ich bin also noch nicht ganz auf den großen aber schon mal die erste hürde schaffte die eigentlich genannt hast du selber schon benannt nein ich nenne es banni Ballen ist voll der sexistische Name. So, ho, 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 ho. So. Ach. Hat wieder runter, runter, runter. Toll. Ja, wir müssen halt in den... Ah! Fuck! In den Arm? Ah! Ich bin ganz in den Berg runtergerutscht. Auf meinen Po. Habe euch für Schaden genommen. Ich gebe ein bisschen Obacht. Ich bin cool, ich rutsche immer. Ich rutsche auch gerne auf meinen blanken Hintern. Ob man wohl lieber in diesem Spiel auch mal die deutsche Sprache einstellen kann? Irgendwo. Hoffentlich. Man kann ja im Menü Language auswählen, aber man kann da irgendwie nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so. Vielleicht ist er von irgendetwas Deutsch. Ne, das sind seit Zeiten im Platzhalter, glaube ich. Ja, das sind nur Platzhalter. Platzhalter! Nicht mich nachäffen, das finde ich nicht gut. Ich habe dich nicht nachgeäfft. Ich habe es... Ich habe es etwas anders rübergebracht. Das ist getunt, ne? Ja. Getunt. Warte mal, ich sitze mich mal richtig hin. Wenn ich mal eine Rückenstütze habe und ich die ganze Seite krumm sitze. Krummer Goblin hier. Ich sitze immer krumm. Mal eben gucken auf eine Map. Aber wir wissen ja, wo wir hin müssen. Ja, nach Osten. Ja, weil da ja auch die... Das Map aufbauen wieder angefangen hat. So. Ja. Aber wir müssen einfach nur hin. Mein Pils, mein Pils. Haha. Pils. Ich habe leider keinen Pils. Pils. Vor allem, gestern habe ich ja Smash Bros. aufgenommen. Ja. Und die erste Aufnahme... Ich habe leider keinen Pils. Ja. Vielen Dank.